So, jetzt bitte nicht rückwärts vom Stuhl fallen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ja, ja, ich weiß, ich habe mich vier Monate lang nicht im Podcast blicken lassen. Damit ist jetzt aber Schluss und ich glaube, wir fangen heute mit einer richtig großen Portion News an. Und ich glaube, wir würden mal sagen, Intro ab. Der blaue Kuh, dein Miso-Podcast. Ich nehme heute mal aus Zeitgründen alleine auf. Der Ben weiß gar nichts davon, dass der Podcast zurück ist. Habe ich nur noch gar nicht mitgeteilt. Wird wahrscheinlich jetzt hier erfahren. Hallöchen und herzlich willkommen. Ich wollte einfach mal wieder sagen, hey, der Podcast, den gibt es noch. Der kommt noch raus. Ich habe aber jetzt längere Zeit gebraucht, um überhaupt mein Setup neu aufzubauen. Ich habe ja mein Studium gebaut. Habe da vielleicht schon Videos gesehen. Da hat sich ein bisschen was verändert. Und dann habe ich noch andere Dinge umgebaut und habe einfach keine Zeit. Nun endlich ist mein Podcastraum fertig. Beziehungsweise mein Studio, mein Büro ist jetzt fertig, wo ich ganz normale Schnittdinge mache und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich endlich wieder einen Kopf für einen Podcast. Und ich habe auch anderes Audio-Equipment. Ich hoffe, das hört man. Ich hoffe, das werdet ihr spüren, wenn es jetzt ein bisschen von der Lautstärke besser ist. Weniger Störgeräusche und, und, und. Gut, aber ich würde sagen, das ist genug vorgeplänkelt für heute. Wir stürzen uns einfach mal in die News rein. Und ich glaube, euch erwarten heute so Dinge wie zum Beispiel so tolle Sachen wie neue Sachen im Legoland. Und Dinge, die eingestellt worden sind. Oh, die neuen Lego-Icon-Sets von Januar 2023. Ah ja, Lego hat auch die Marke Friends wiederentdeckt. Und ein bisschen Lego-Ideas kann man auch noch nehmen, denn in der Lego-Ideas-Welt hat sich was getan. Wir fangen aber jetzt einfach mal ganz, ganz cash an bei den wunderbaren, schönen Lego-Neuheiten der Lego-Icons im Jahr 2023. Denn uns erwarten im Januar gleich wohl fünf neue Sets. Die Set-Nummern 10 312, 10 313, 314, 316 und 317. Bei vier von denen wissen wir ungefähr, was es wird. Und bei einem tappen wir noch völlig im Dunkeln. Und keine Sorge, dass es keine richtig krassen Leaks. Das sind einfach nur so kleine Informationshäppchen, was im Januar auf euch zukommen wird. Dieses Jahr wird wohl nur noch ein Set erscheinen. Die 10 3107. Das ist der Eiffelturm, der ja riesig groß sein soll und auch verdammt teuer werden wird. Ich glaube, 679 Euro soll er kosten, munkelt man. Und er soll wohl eben Light-Blush oder Dark-Blush-Grey sein. Oder doch Dark-Ten, wer weiß. Wir wissen es noch nicht, es gab noch keine Vorstellung bis zu dem heutigen Abend. Was wir aber wissen, sind eben, wie gesagt, die Set-Nummern und womöglich die Sets, die sich dahinter verbergen. Mit der 10 312 werden wir wohl das neue Modular-Building erhalten. Wir hatten ja letztes Jahr das Havana-Hotel oder vielmehr das Hotel eben, davor die Polizeiwache. Und das Gute ist, bei dem neuen Modular wissen wir, dass es 229,99 Euro kosten wird. 2.899 Teile, was so einen Preis von 7,9 Cent pro Teil ausmacht. Aber was es wird, weiß niemand. Und nein, bei 230 Euro wird uns kein Set in der Größe erwarten wie damals das Stadtleben mit 48 mal 32 Noppen. Das ist einfach daher geschuldet, weil wir wissen, dass dieses Stadtleben auf 300 Euro UVP hochgegangen ist. Deswegen nehme ich einfach an, so wie viele andere auch, dass es ein normales 32 mal 32 Noppen-großes Baseplate-Gebäude geben wird. So wie das Sanktum Sanktorum zum Beispiel. Ein hervorragendes Set. Und im Januar eben rauskommt. Ob es einen GWP dazu gibt, am Januar, weiß ich noch nicht. Das weiß auch noch keiner. Was wir aber wohl wissen, ist die nächste Set-Nummer. Das könnte wieder ein Set werden, das zur Botanical Collection gehört. Die 10 313 soll ein Wildblumenstrauß werden. Soll 60 Euro kosten und 939 Teile beinhalten. Soll aber erst im 1. Februar kommen. Und Wildblumenstrauß, das wird einfach quasi der Nachfolger, das Pendant werden von dem Blumenstrauß, den wir schon hatten. Die 10 280. Also bloß eben dann mit Wildblumen. Was auch immer Wildblumen sind. Die 10 314. Das wird ein kleineres Set werden. 812 Teile. 49,99. Das sind getrocknete Blume. Beziehungsweise ein getrocknetes Blumengesteck. Also ihr kennt ja wahrscheinlich auch von Oma aus so von früher diese Gesteckkränze, wo man da eben so trockene Blumen reingemacht hat und noch so ein bisschen mit Klammern fixiert hat. Sowas eben aus Lego soll eben rauskommen. Bin ich mal gespannt. Und 50 Euro Preissegment. Das preist sich eben so im Geiste eben ein. Das Bonsai-Baum zum Beispiel. Finde ich super. Also es muss nicht immer 300 Euro kosten. Lego finde ich sehr, sehr gut. Und die 10 316, wie gesagt, wissen wir noch nicht, was es ist. Vielleicht ein drittes Botanical Collection Set. Weil es war ja immer so, dass zwei Botanical Collection Sets bei Lego eben gewesen sind. Und ein Botanical, äh Quatsch. Zwei im normalen Handel gewesen sind. Und eins bei Lego. Ich sag mal Paradiesvogelblume. Und da gucken wir mal, was da los ist. Was wir aber wissen, dass die 10 317 wohl ein Fahrzeug werden wird mit 2336 Teilen. Und das hat ebenso viel Kosten wie das Modulargebäude. Und zwar, nee Quatsch, ein Zehner mehr. 239,99. So rum, genau. Ab April 2023, nicht ab Januar. Und es wird uns eventuell ein neues Lego Creator Expert Fahrzeug, aber das heißt jetzt Lego Icons Set, erwarten. So als Nachfolger quasi vom Ghostbusters Act 2 1 zum Beispiel. Nur ein bisschen, also von der Preisklasse gleich. Da kostet er mittlerweile dasselbe. Und man vermutet, dass es ein aus Lego System Steinen gebautes, wunderschönes Land Rover Defender Classic Modell werden könnte. Wir hatten den Land Rover Defender ja bereits in der modernen Variante mit der 42110 in Lego Technik im Jahr 2020 bekommen. Und jetzt kriegen wir das Ding jetzt wieder wunderbar, wo möglich, als Lego System Set. Und wisst ihr an, was ich da gedacht habe, als ich das gelesen habe? Da dachte ich sofort an, ey, das klingt sowas von nach Model Team. Alle Affolts schreien seit drei Jahren, ich will Model Team, wieder Model Team. Und jetzt scheint so, dass Lego ein bisschen zumindest unsere Gebete erhört, unser Schreien wahrgenommen hat und es wohl ein, so eine Art Model Team geben wird. Nur eben mit mehr Teilen, mehr Foto-Kram und wesentlich, wesentlich teurer. Bin ich gespannt, am 1. April soll es wohl rauskommen. Was sagt ihr denn dazu? Also würde mich mal interessieren, die Blumen sind ja immer eine sehr stabile Sache, die werden gut sein. Es gibt ja noch keine Bilder, aber ich denke mal schon, dass das eine feine Geschichte werden wird. Da kannst du nichts falsch machen. Bei den Modulargebäuden, da habe ich übrigens im Podcast von Let's Talk About Sets beim Spielwareninvestor mitgeplappert, eben im aktuellen Monatspodcast. Ich mache euch mal den Link in die Show Notes rein. Da haben wir eben auch über das neue Modulargebäude geredet und haben eben auch Tipps abgegeben, was es werden konnte. Viele Leute haben eine gleiche, ich spoiler nicht, was die Leute gesagt haben. Viele Leute haben gesagt, was es werden könnte und viele haben sich mit den Sachen gedeckt. Und ich habe eben auch meine Einschätzung abgegeben. Können wir mal reinhören, was so unsere Vermutungen waren und ob wir tatsächlich am Ende enttäuscht werden oder nicht, wissen wir womöglich ab Dezember. Dort wird es vermutlich hervorgestellt werden oder ob es ein GWP gibt. Das soll es mir aber auf jeden Fall zu dem gewesen sein. Es gibt aber auch noch andere neue Dinge und zwar ist angekündigt worden, Lego Arts geht weiter im Jahr 2023. Es wird ein Set kommen, das, also ich gebe auch das Ursprungsset ein. Das kommt von einem japanischen Künstler, Katoshika Hokusai. Entschuldigung, Hokusai heißt er. Und zwar ist es ein Holzschnitt aus den 1830er Jahren, den hat er damals angefertigt. Es ist eine Serie von 36 Ansichten des Berg Fuji. Viele Leute kennen dieses Gemälde von diesem Künstler, obgleich der Künstler euch nicht sagen wird. Das Gemälde heißt aber The Wave bzw. Die Welle. Jeder, der das Bild sieht, weiß sofort, was es ist. Es ist ein in beige Farben getünkter Himmel. Und davor in zwei, drei kräftigen blauen Farben eine große, sich brechende Welle, die eben da über das Meer wandert. Sieht sehr cool aus. Ist es aber, wie ich finde, weitaus nicht so ikonisch wie ein Gemälde von Van Gogh, das wir letztes Jahr schon gekriegt haben. Da haben wir die Starry Night gehabt. The Wave, klar, erkennt man, wenn man er sieht. Aber Lego scheint eben die Serie vorzusetzen, dieser berühmten Gemälde. Was ich sehr cool finde, war ja auch mein Gedanke, dass eben das nicht das einzige Set bleiben wird, das einem bekannten Künstlergemälde nachempfunden ist. Und mit der 31028 werden wir in dem Lego Icon Set 1810 Teile erhalten für 100 Euro. Das macht einen Teilepreis von, ich glaube, so ungefähr 6 Cent die Ecke. Das ist gar nicht so schlecht, aber natürlich sind alle, oder die meisten Teile 1x1, Rundplatten oder Rundfliesen. Das weiß man natürlich noch nicht. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Könnte sehr cool werden. Interessant ist allerdings, dass im Juli 2022 ein Lego Ideas Entwurf von einem Fandesigner eingereicht wurde, der eben die Szenerie als 3D-Modell nachbaut. Finde ich lustig. Somit wissen wir aber auch, dass eben die große Welle von Kanagawa mit der Set Nr. 31208 eines der ersten Lego Arts wird im nächsten Jahr. Also Lego Arts geht weiter. Finde ich immer ganz spannend und ganz cool. Schade finde ich jetzt, dass ich mit Ben nicht darüber diskutieren kann. Hätte ich ihn einladen sollen? Das nächste Mal lade ich ihn wieder ein. Was eben, was er so zu dem Set denkt. Ich finde, das Bild ist schon ziemlich langweilig. Ich finde, das ist wirklich langweilig. Natürlich steckt da eine Menge Geschichte dahinter, ein Holzschnitt und vor allem über 200, ja doch 200 Jahre alt. Ich meine, ja, das ist eine andere Sache, das ist eine andere Welt damals gewesen. Und es ist schon krass gemacht, eben als Holzschnitt und überhaupt. Aber, hm, hätte man nicht ein anderes Gemälde nehmen können? Hätte man nicht zum Beispiel, anstatt dieser großen brechenden Welle, in denen sich auch zwei Schiffe verstecken, oder zwei eben Langboote, könnte man schon sagen, müssen Langboote sein? Ja, und eine traurige Geschichte wurde erzählen? Hätte man nicht ein ikonisches Gemälde nehmen können, wie Van Gogh mit der Vase zum Beispiel? Er hat ein wunderschönes Bild mit der Vase gemacht, das man auch dreidimensional hätte darstellen können. Wie und wie groß die The Wave übrigens ist? Ob das auch eine dreidimensionale Darstellung ist, wie Starry Night, weiß ich noch nicht. Sind wir mal gespannt. Jedenfalls können wir drauf Gift nehmen, dass wir, ja, im Dezember, denke ich mal, auch Näheres über dieses Set erfahren werden. So, und dann wollte ich euch noch ein paar Dinge erzählen. Genau, ich wollte ja noch Werbung machen. Das muss ich loswerden, das habe ich jetzt wirklich, liegt mir auf dem Herzen. Denn es gibt ja so, so, so viele Podcasts da draußen, so viele YouTuber und die haben immer Werbung und die haben einen Sponsor. Die haben irgendwie so komische Geräte, mit denen man sich den Vorgarten trimmen kann oder machen Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, für Energydrinks. Die machen Werbung für VPN-Anbieter oder für weiß der Geier was. Was ist denn gerade in Mode bei den ganzen Anbietern? Ich weiß nicht, ich gehe mal hier gerade gucken, was es da an lustigen Sachen gibt. Genau, Versicherungs-Apps sind ja auch völlig drin. Und ich bin ja komplett kostenfrei mit dem Podcast und mit den Videos. Ich habe ja auch keine Patreon- oder Steady-Kampagne. Und daher muss ich schon sagen, ich sehe es auch nicht, einen Werbepartner mit reinzumachen für etwas, wo nicht mein Hauptberuf ist. Da steht euch alles hier ja kostenfrei zur Verfügung. Auf was ich allerdings aufmerksam machen möchte, ist, dass unter meinen Videos auf YouTube und hier in diesem Podcast auch Links enthalten sind zu diversen Shops oder Sets. Ich halte mich da aber immer kurz. Ich mache da jetzt keine Latte von 300 Links zu irgendwelchen Produkten. Ich mache euch Links zu Sponsor- oder Partnershops rein. Wenn er da den Link anklickt und was dort kauft, kriege ich ein bisschen was zurück von dem Prozentual, was er da gekauft hat. Wir zahlen natürlich keinen Cent mehr. Wenn er was kauft, vor allem jetzt im November, wo jetzt ein paar neue Sets rauskommen natürlich oder eben auch zum Black Friday, wobei davor wird nochmal ein Podcast kommen, würde es mich wirklich sehr freuen. Der würde mich in einem Podcast unterstützen, was eben auch zur Folge hat, dass ich mir von dem Geld auch wieder Sets kaufen kann, die ich reviewen kann, mir neues Equipment kaufen kann, wie jetzt eben dieses Mikrofon oder eben jetzt auch die Dämmung hier zum Beispiel in dem Raum, dass es sich ein bisschen besser anhört. Das sind alle solche Kleinigkeiten. Und für alle, die es bereits gemacht haben und für alle, die es zukünftig tun werden, vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Wie gesagt, ich habe es nicht nötig, irgendwelche Vorgartentrimmer oder irgendwelche Versicherungs-Apps hier einzuspielen. Das überlasse ich anderen und ich finde es voll gut, dass ihr den Podcast hört, auch wenn es jetzt wirklich längere Zeit keinen Podcast gab, aber an alle, die ihn hören, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, das war genug der Werbung, ne? Aber ein bisschen was muss ich noch loswerden in Sachen Werbung, denn ich habe es ja gerade schon gesagt, im November kommen neue Sets raus und das sind gerade, lass mich mal abzählen. Eins, zwei. Ich zähle nochmal, vielleicht habe ich mich verzählt. Eins, zwei. Okay. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das zwei Sets. Und das eine ist ein Lego Ideas-Set, da habe ich ein News-Video drüber gemacht und ein Lego Marvel-Set, worüber ich ebenfalls ein Video gemacht habe. Das eine ist die 76210, das ist der Hulk-Buster, dieses UCS-Set, 4049 Teile, 550 Tacken. Da muss ich mich jetzt nicht groß drüber auslassen, da habe ich ein Video gemacht. Und mit der 21337 kommt ein Lego Ideas-Set, beziehungsweise das war ein Set, das wurde eingereicht zu einem Sportwettbewerb und zwar der Tischkicker, 2339 Teile für 250 Euro mit 22 Minifiguren und zig Minifiguren, Köpfen und Haaren und überhaupt, da habe ich auch ein Video gemacht. Zu beiden findet ihr in den Shownotes keine Links. Ich meine, ich kenne ein paar Leute, Grüße an Andi, die sich den Tischkicker kaufen werden, andere werden sich den Hulk-Buster kaufen. Ihr mögt Freunde dran haben, alles voll gut. Ich vermisse euch das nicht, aber ich finde beides jetzt nicht so toll und deswegen bewerbe ich sie auch nicht in den Shownotes. Wer sie kaufen möchte, kann sie kaufen. Ich finde die beiden nicht so prickelnd. Also, und wer es noch nicht in den YouTube-Videos gemacht hat, kann sehr gerne in die Kommentare schreiben, entweder auf dem Blog unter profi-nerd.de, da könnt ihr Kommentare verfassen natürlich, oder das Video gibt es natürlich auch bei YouTube, wo ihr eben auch Kommentare drunter verfassen könnt. Würde mich doch mal interessieren, wie ihr dazu steht. Ja, aber im November wird wahrscheinlich, wie gesagt, noch ein Set kommen. Vermutlich zum 25.11. die Ecke zum Black Friday wird, also mein Munkel zumindest, wird noch der Eiffelturm kommen. Aber ich glaube, kommt Zeit, kommt Stahlgerüst. Das wird schon noch bis zum nächsten Podcast, werden wir schon wissen, was da kommt, wie groß der ist, was der kann. Einen Preis, wie gesagt, wissen wir schon. Aber das sollte mal für die November-Neuheiten gewesen sein. Apropos November-Neuheiten. Ich war ja im Legoland gewesen. Legoland ist schön, Legoland ist toll. Im Legoland kann man viel machen. Da kann man mit einem Pharaon, kann man da irgendwie so einen Wagen fahren, kann Sachen abballern. Man kann mit einem Jaguaride machen, kann damit Sachen abballern. Man kann wieder mit der Drachenachterbahn fahren, die ist wieder freigegeben. Man kann mit dem Ninjago-Flugsegler fliegen. Man kann mit der Hafenrundfahrt im Wasser stippern. Man kann die Wildwasserrund. Man kann eine Menge machen. Aber ab nächstem Jahr kann man eine Attraktion mehr fahren. Wir wissen ja, dass im Legoland bereits seit längerer Zeit etwas gebaut wird. Da habe ich auch schon darüber berichtet in meinem Legoland-News-Video und habe gesagt, da kommt was hin, vermutlich eine Achterbahn. Und jawohl, es ist eine Achterbahn. Die ersten Schienen stehen schon in Azurblau stehen sie da. Und zwar wird ein neues Themenland im Legoland-Günzburg in Deutschland eröffnen. Und zwar Mythica. Davon gibt es bereits ein Set. Und wir wissen, Mythica ist eine neue Themenwelt von Lego. Und es wird ein neuer Rollercoaster kommen. Nicht nur eine Achterbahn, sondern ein Rollercoaster. Eine riesig große neue Achterbahn. Die Schweizer Hersteller Bollinger und, wie spricht man das aus? Mabillard? Mabillard? Mabillard bauen auf jeden Fall diese Achterbahnen. Und zwar wird es ein Wingcoaster geben. Wing wie Flügelcoaster, wie Rollercoaster. Und das Besondere an einem Wingcoaster ist, dass man nicht auf einem Wagen auf oder unter der Schiene sitzt, sondern der Wagen ist immer noch auf der Schiene. Man sitzt aber links und rechts davon und schwebt quasi in der Luft. Vor einem ist nichts außer Luft. Also die Beine baumeln frei. Man ist nur in so einem kleinen Käfig drin. Quasi wie beim Ninjago Flugsegler kann man sich vorstellen. Und die Achterbahnen sind auch ein paar Details bekannt geworden. Komme ich gleich dazu. Jedenfalls macht so ein Wingcoaster mega viel Spaß. Vor allem, wenn da so ein kleiner Looping oder eine Schraube drin ist. Wobei beim Legoland denke ich nicht, dass da ein Looping drin ist. Aber vermutlich sowas wie eine Schraube. Das könnte schon lustig werden. Und an sich sieht es schon beeindruckend aus. Wenn man die Baustelle sieht, die Fundamentstützen und so weiter. An sich wird die Bahn, so viel zu den Infos jetzt mal Achtung, eine Höhe von 17 Metern haben. 17 Meter ist schon stattlich. Aber ich glaube, die Bahn im Legoland ist noch ein bisschen höher. Ich müsste jetzt gucken. Ich stand noch nicht davor. Ich bin noch an der Baustelle gewesen, habe durch den Zaun gelinst und habe vom Legoland-Aussichtsplattform-Turm runter geguckt. Da wirkt das alles winzig. Man kann die Kräfte, die Kräfte, sag ich schon, die Entfernung eben oder die Höhe von der Achterbahn nicht abschätzen, wenn man so weit weg steht von. Kräfte, habe ich gesagt. Genau, das hatte ich das nächste schon im Kopf. Und zwar werden Kräfte von 2,2 G wirken. Ihr wisst ja, 1 G ist die einfache Beschleunigung und 2,2 G ist die 2,2-fache Gewichtsbeschleunigung. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Eine gute Achterbahn hat viel G. Ja, und ein Fact ist noch, das Ganze wird eine Saison 2023 eröffnen, diese Themenwelt und die Achterbahn. Man weiß aber noch nicht, ob das sogar schon zur Eröffnung des Legolandes im April 2023 sein wird oder erst im Laufe des Jahres. Das habe ich vermute eher im Laufe des Jahres. Spannend war auch noch die kleine Fußnote, die Spitzengeschwindigkeit der Achterbahn soll 15 Meter pro Sekunde betragen. Jetzt würde ich sagen, 15 Meter pro Sekunde. Das ist ja nicht schnell. Dann sage ich, okay, halt, rechnet mal 15 Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde um. Überlegt mal, wenn ihr jetzt einen großen Schritt macht, wie weit kommt ihr mit diesem, oder mit einer Minute, wie weit könnt ihr in einer Sekunde laufen? Da kommt er vielleicht 1,40 Meter, 1,50 Meter weit, vielleicht auch 2 Meter. Das ist nicht sonderlich schnell. Und die Achterbahn legt eine Spitzengeschwindigkeit 15 Meter pro Sekunde zurück. Das ist so viel, wie wenn ihr an einer Kreuzung steht mit 5 oder 6 Fahrspuren und ihr möchtet gern von der einen Seite der Straße auf die andere wechseln. Das sind ungefähr 15 Meter darüber. Und das macht die Achterbahn in einer Minute. Das sind umgerechnet ungefähr so plus minus 51, nee Quatsch, 54 Stundenkilometer. Die Achterbahn fährt im Topspeed 54 Stundenkilometer, zumindest theoretisch. Bin ich mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall mitfahren. Ich werde wieder ein Legoland Video machen für das nächste Jahr. Eventuell bin ich sogar zur Eröffnung dabei. Werden wir mal gucken. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf den neuen Wing Coaster im Mythica-Stil. Auch wenn Mythica wohl nicht meine Themenwelt werden wird. Aber es ist ein neuer Rollercoaster, der wird gefahren werden. So, neuer Rollercoaster. Ne, die ganz schlechte News mache ich am Schluss. Das ganz Schlechte kommt am Ende. Das setze ich nicht jetzt hier hin. Wir mühen uns erstmal ab mit Lego Friends. Warum erwähne ich Lego Friends? Ich habe es ja schon in den letzten Podcasts mit Ben und so erörtert und in anderen Sachen auch schon öfter mal erwähnt gehabt. Lego Friends mausert sich gerade einfach zu einer Serie oder zu einem Produkt, dass man sagt, das ist nicht mehr ein reines lila, flieder, pink, magenta, strahlendes, sternchenfunkelndes Set-Gedöns, das nur für Mädchen entwickelt wird und das einfach gruselig ausschaut. Ne, Lego Friends entwickelt sich zu einer Marke hin, die nicht nur gleichwertig für Jungen und Mädchen bespielbar ist. Nein, sondern ernsthaft, wirklich ernsthaft gute Sets produziert, auch für mich als Erwachsenen. Warum? Also es sind jetzt, heute wo ich den Podcast aufnehme, fünf Sets veröffentlicht worden von Lego Friends, die eben rauskommen werden. und Lego hat auch mit einem neuen Lego Friends Logo dafür gesorgt, dass die Marke eben erwachsener wird. Lego Friends gibt es seit zehn Jahren am Markt und seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren ist Lego Friends wesentlich farbarmer geworden, aber ideenreicher und vor allem auch stark. Es gibt ein kleines Kino von Lego Friends, es gibt ein kleines Gebäude von Lego Friends, das vor zwei, drei Jahren rauskam. Die sind echt cool. So ein kleines Straßencafé-Pizza-Ding, die sind echt cool. Kaufst du zwei, drei davon, kannst du ein cooles Haus bauen. Jetzt ohne Witz, da sind echt klasse Teile drin. Und letztes Jahr kam ein Wohnkomplex, oder war das dieses Jahr ein Wohnkomplex für 150 Tacken auf dem Markt. Das war ein Riesending, das war quasi das Friends Modular Building. Und da kamen so Sachen raus, wie die Theaterschule, wo einfach ein Gebäude ist, das man aufklammen kann. Drin hat man ein Theater, in dem man zum Beispiel die Muppets reinsetzen kann. Wie genial ist das? Und dann haben sie noch viel, viel anderes jetzt gehabt. Die Kunstschule, die echt gut und super rabattiert zu haben ist. Klar könnte ich jetzt nicht Show Notes reinballern, aber klickt einfach auf den Link. Die Kunstschule gibt es für 35 Prozent. Das ist echt ein stabiles Set. Und die starke Produktlinie führen sie einfach fort. Und die wird am Januar 2023 kommen. Ich wollte einfach mal von diesen fünf neuen Sets, die kommen, die zwei besten ganz kurz vorstellen. Und wollte ich mal sagen, was auf euch zukommt. Denn jetzt mal ohne Witz unter uns. Das sind zwei Sets dabei, wo ich sage, wow, die sind echt, echt gut, weil da starke Steine sind. und man kann einiges draußen machen. Und von einem Set gibt es tatsächlich ein Pendant in der City-Welt. Und ich glaube, das ist mir wert, dass ich mir beide kaufe, wenn man ein Vergleichsvideo macht. Jetzt gucken wir aber erst mal die fünf neuen Sets. Es kommt Paisleys Haus, ein Hunderettungszentrum, Heartlake Downtown Diner, das Autumn's House und die internationale Schule von Heartlake City. Diese fünf neuen Sets kommen, wie gesagt, in dieser etwas erwachseneren, Zwinker, Zwinker, Lego Friends, die Themenwelt raus. Und Lego Friends ist eben gewachsen. Nicht nur die Figuren sind jetzt gewachsen, laut Lego in der Historie, sondern eben auch tatsächlich die Sets. Auf die Sets muss ich jetzt nicht eingehen, auf das Downtown Diner oder das Hunderettungszentrum, obwohl da nette Bauideen drin sind. Aber das Autumn's House, jetzt haltet euch mal fest, 41730, 853 Teile, 4 Mini-Dolls, gerade 4 Mini-Dolls könnt ihr einfach irgendwo hinpacken, das ist völlig egal. Das Ding wird kosten 69,99 für 853 Teile. Das ist schon mal ein guter Steinteilepreis. Da sind viele große Teile dabei. Das ist ein Haus, das ist eine Kulisse, das ist so ein amerikanisches Haus, wie man es halt so kennt aus Filmen, mit einer riesigen Veranda vorne dran, mit einem kleinen Wintergarten, oben dran noch ein Haus, hinten ist oft zum Bespielen, kauft ihr zwei davon, hast ein geschlossenes Haus. Und das Ding wird natürlich im freien Handel zu haben sein. Und dann nicht für 70 Euro, das Ding wird für 50 laufen. Und dann hast du ein ordentliches Haus. Und zwar ein schönes Haus. Und klar, einige Sachen kannst du wirklich die Tonne treten, ist logisch. Da ist aber noch ein kleiner Hund dabei, da sind viele Kürbel sind mit bei, ein gebauter Baum ist mit bei, Äpfelchen sind mit bei, sehe ich noch irgendwas, ja ein kleines Pony ist mit bei, alles schön und gut. Aber das ist ein Set, wo ich sage, für 50 Euro, wenn das im Markt ist, für 853 Teile, schon nicht schlecht. Also es sieht echt gut aus. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Und auch wenn es nicht rein weiß ist, sondern auch so ein bisschen an, was ist denn das, Light Aqua? Es müsste Light Aqua sein und ein türkisfarbenes Dach oder Dark Türkis Dach. Aber das ist einfach cool. Daraus kann man bestimmt was bauen. Da wird es schnell Rebrickable Anleitung geben, wo man sagt, daraus kann man was Gescheites bauen. Und ob ihr es glaubt oder nicht. Aus so vielen Nego Friends-Sets aus dem Jahr 2021 und 2022 gibt es auch Rebrickable alternative Bauanleitungen, alternative Sets, die man auch, wenn man ein, zwei, drei Sets kauft von denen, hervorragende Gebäude bauen kann, unter anderem Modulargebäude. Das ist der Hammer. Oder vom Creator 3-in-1-Nudelladen, 3-1-1-3-1. Da gibt es Modularanleitungen, kauf dir zwei, drei Stück davon, hast du ein Modulargebäude. Das ist der Hammer. Das ist echt cool. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich mir nochmal den Moodelladen dreimal kaufe, um Modulargebäude für meine Stadt zu bauen. Und jetzt ohne Flachs. Das sieht echt gut aus. Doch zurück zu Lego Friends. Und das ist jetzt das letzte, das fünfte Set, wo ich jetzt, oder Quatsch, von den fünf Sets, das zweite Set, wo ich jetzt vorstelle, die 4-in-7-3-1, die internationale Schule von Hard Lake City. Ja, natürlich sind da Aufkleber mit bei, aber da haben wir eine Schule. Eins, zwei, drei, vier, fünf Klassenräume und eine Mensa, die halbwegs offen ist. Ja, auch wieder Minidolls dabei, und das müsst ihr euch mal festhalten. Mal ganz stark sein. Ja, ich weiß, fünf Minidolls dabei, 99,99 Euro, 985 Teile, aber das sind große Teile mit bei, Standardteile mit bei, es sind Fenster mit bei, es sind Tür mit bei, große Fensterrahmen, Fahrrad, ein Skateboard. Ein Tier kann ich gerade nicht entdecken, aber das ist auch wieder eine Schulkulisse, die vier bis sechs Noppen tief ist. Unten zumindest. Oder? Ja, doch, sechs Noppen tief. Und auf der anderen Seite müsste vier Noppen tief sein. Eine richtig coole Schule. Und wenn ich jetzt die Schule angucke von Lego City, da gibt es ja diese Lego City Schule für 60 Tacken, wo einfach nur ein Bus ist und jetzt ohne Witz nicht mal die Hälfte. Also das ist wirklich, jetzt ohne Witz, wenn ich das jetzt sehe, diese Schule von Lego Friends, ein Drittel davon ist die Schule von von Lego City, ja? Also ohne Witz, das ist einfach der Knaller. Und das Ding wird auch nicht zu 100 Euro im Markt laufen. Das Ding wird auch zu 80, 75 Euro im Markt laufen. Da bin ich mega gespannt. Wie gesagt, 7173071731 mal unbedingt aufschreiben, mal merken. Das könnte echt gut werden, Freunde. Ja, und ich glaube, das soll es ja für Lego Friends gewesen sein. Ich glaube, euch interessieren nicht, dass fünf neue Charaktere in der Lego Friends Welt kommen und dass sie neue Haarfarben haben und, und, und. Oh mein Gott. Nee, muss nicht sein. Ich glaube, das soll es aber für Lego Friends gewesen sein. So ein bisschen Informationshäppchen am Rande. Ja, Informationshäppchen. Ja, ich habe 39 Informationshäppchen im weiteren Sinne. Und zwar ist die erste Review-Phase von 2022 bei Lego Ideas beendet worden. Schon seit längerem. Und jetzt sind die Ergebnisse bekannt geworden, welche Sets denn umgesetzt werden. Es ist immer so ein Glücksspiel bei Lego Ideas, wenn ein Set mal die 10.000 erreicht hat, dann kann sein, Lego sagt, wir setzen gar keins um. Oder Lego sagt, wir setzen eins um. Und jetzt haben Lego gesagt, von den 39 Sets kommen ganze vier auf den Markt. Vier. Quattro. Vor. Ist nicht schlecht. Da waren so Sachen dabei, wie zum Beispiel eine Polaroid-Kamera, der Luftballon von Zelda, ganz viele Modulargebäude, Tiere, eine Toilette, Züge, Autos, Chip und Chap, eine Registrierkasse, einen U-Booten, Bauernhof, und, 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 und. Echt viel Zeug. Es überrascht weniger, dass kein Modulargebäude das Rennen gemacht hat. Es überrascht aber, dass drei Sets wohl unter 100 Euro kosten, wenn von den vier Sets sie es geschafft haben. Und jetzt mal bitte festhalten, ich verkünde kurz mal die vier Gewinner, ich habe ja auch ein YouTube-Video darüber gemacht, ich mache es das mal einfach ganz kurz, gewonnen hat, eine Polaroid-Kamera, drei kleine Bilder, Tales from Space Age, die Insekten, das sind fünf kleine baubare Insekten, und, jetzt haltet euch wirklich an der Tischkante fest, ich sage das oft, ich weiß, aber ich meine es ernst, es hat einen Zug gewonnen. Und zwar der Orient Express hat gewonnen. Ja, die Insekten, die haben so 600 bis 800 Teile, deswegen vermute ich mal, die werden so ein Preissegment zu 80, 90 Euro kosten, denke ich mal, wenn sie so sein sollen. Wie sie natürlich aussehen, wissen wir nicht, die haben nur die Review-Phase jetzt überlebt, und Lego gestaltet die eben noch um und bastelt die so zurecht, wie sie eben passen. Das haben wir schon gesehen, die Pirate Bay sah ja ursprünglich ganz anders aus, oder eben auch so Sachen wie, das, ähm, was kam noch alles raus? Das Home oder Unset sah ja auch ganz anders aus, und, und, und. Da gibt es ja einiges, wo Lego noch ein bisschen drüber geht, wo Lego bearbeitet. Bei den Tales from Space Age sind so drei kleine Bilder, die sind gebaut, die sind so leicht dreidimensional, so wie das Van Gogh, kann man sagen, das hat mit Fliesen gebaut, ein schönes Gemälde, und dann so ein kleines Teilchen vorne unten, guckt eben so raus, so dreidimensional. Finde ich echt cool gemacht, eine startende Rakete, eine Mondlandschaft, unten Asteroid, der auf dem Planeten kracht. Ich finde das sehr ansprechend gemacht, das soll so, ich glaube, 600, 700 Teile haben, die Ecke, deswegen schätze ich mal, das Ding, das so um die 70, 80 Euro kosten, bei den heutigen Lego-Preisen, das Lego-ID ist unter 10 Cent pro Teil, kostet es, also, ich setze wirklich hohe Preise an, dass ich mich über niedrigere Preise freue. Das dritte Set, das gewonnen hat, ist eine Polaroid Kamera, die Polaroid One Step SX-70, das ist so eine schöne, alte Polaroid Kamera, die man sich von früher kennt, ein großer, schöner Kasten mit Linse vorne dran, unten ist noch so ein kleines Zahnrad, zum Drehen, da kann man so tun, als ob ein Polaroid rauskommt, eine wunderschön gebaute Kamera, ich glaube 600 irgendwas teile, davon vermute ich mal so um die 70 Euro, 60 Euro, würde es den kosten, endlich mal wieder, drei schöne, kleine Lego-ID-Sets, bei denen nicht gleich so 200, 300 Euro Preise einmal rausgeholt wird, nicht wieder so ein Tischkicker für 250 Euro, oder so ein Home Alone Set für 300 Tacken, nee, einfach mal drei kleine, entspannte Sets mit unter 1000 Teilen, geht doch, geht doch, das ist super entspannt, und so viele Leute, mit denen ich geredet habe, so viele Leute, mit denen ich mich ausgetauscht habe, sagen genau dasselbe, die sagen, hey, voll gut, dass es wieder mal kleine Sets geschafft haben, das ist mal wieder, schöne, annehmbare Sets haben, weil ich habe nicht das Geld, für, sagen wir mal, wenn sechs Lego-ID-Sets im Jahr kommen, sechs mal 200 Euro dafür auszugeben, das ist einfach Utopie, aber ein Set hat es geschafft, laut Designer hat es, ich mache jetzt mal Airquotes, also so Anführungszeichen in der Luft, hat, ungefähr 3000 Teile, also 3000 Teile, ist ja das Teilenlimit für Lego-ID-Sets, und das ist der Orion Express, der Orion Express ist ein riesengroßer, grüner Zug, mit einem blau, mit einem kleinen grünen Tender, mit Kohle hinten dran, und einem riesengroßen, blauen Speisewagen, sieht super beeindruckend aus, ist quasi so eine Art Nachfolger, vom Krokodil, von der 10277, das war der einzige Zug, allerdings ist ja da, der, ich wollte gerade Emerald Express sagen, der Orion Express, in dem Fähentwurf, auf acht Noppen breit, dabei ist er bei Lego-Züge, sechs Noppen breit, damit sie auf der 4-Spur-Breite von der Lego-Eisenbahn fahren können, ich nehme an, Lego überarbeite den Stark, entweder, es gibt noch zwei Möglichkeiten, entweder Lego überarbeitet dieses Ding so, dass es wie der Harry Potter Zug ist, das Ding 400 Tacken kostet, einen Meter 20 lang, dass man es sich ins Regal stellen kann, was in meinen Augen nicht passieren wird, denn der Harry Potter Zug für 500 Tacken, ist einfach nicht cool, klar, es sind 20 Minifiguren mit bei, aber ich kenne noch keinen einzigen Menschen, der sich den gekauft hat, das ist ein anderes Thema, was ich mir viel mehr vorstellen könnte, ist, dass Lego sagt, wir machen das ganze Ding auch, natürlich in Anbetracht dessen, dass wir viele Details verlieren werden, und schrumpfen es runter, auf eine 6-Noppen-Breite, dass wir das Ding, wie die Krokodile, auf Lego-Schienen fahren können, und nicht nur ausstellen können, sondern eben auch auf einer Lego-Eisenbahn fahren können, das, das wäre genial, das würde mich mega freuen, wenn das Ding wirklich tatsächlich, dieser legendäre Orient Express, wenn dieser wirklich, wirklich auf 6-Noppen-Breite kommt, und zu einem annäherbaren Preis dasteht, so unter 200 Tacken, dann sage auch ich nicht nein, was sagt ihr zu der Lego-Ideos Runde, 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 noch eine Runde, die Polaroid, die Insekten, die Bildchen, und das schöne Orient Express Züglein, was juckt euch davon, was findet ihr cool, was findet ihr weniger cool, also ich würde sagen, ich hole mir wirklich die Polaroid, da bin ich voll heiß drauf, die wird es werden, und wenn der Orient Express nicht absurd teuer ist, werde ich mir den ausprobieren, und ich glaube, das sollte es mal jetzt gewesen sein, Achtung, es kommt ein Klick, ich hoffe, das hat man nicht gehört, kommen wir zum letzten Thema, des heutigen Tages, und zwar zu Lego Mindstorms, die Jüngeren von euch, die werden sich jetzt am Kopf kratzen, was ist Lego Mindstorms, was meint der alte Mann, Mindstorms, also 1998 fing es an, mit Lego Robotics, und irgendwann kamen ja auch mal dann verschiedene Lego Mindstormsets raus, das bekannteste war der Evo 3, beziehungsweise EVE 3, das war ja ein super Teil, da macht ja auch der JK Brickworks noch sehr, sehr viele Dinge damit, und Lego Mindstorms ist tot, ganz einfach, ursprünglich soll das Lego Mindstormsets 51515, das ist die fünfte Version, 51515, sollte ja ursprünglich eigentlich laufen, bis Ende 2025, irgendwas scheint wohl nicht ganz so gut zu laufen, deren das Lego Set wurde jetzt abgekündigt, wird bloß noch bis Ende 2022 verkauft, und das Ganze bedeutet, krasse Laufzeitreduktion, das Ding war auch wirklich einfach zu teuer, ich meine, über 350 Euro für das Set, ist einfach verdammt verdammt teuer, und es wird einfach zu wenig Leute gekauft haben, jetzt ist es aber so, dass gleichzeitig damit eben auch der mittlere Winkelmotor, die 88018, das war in dem Set drin, wird auch eingestellt, ebenso wie der HUB 88016, das ist das, was eben das Gehirn von Mindstorms war, wird ebenfalls eingestellt, sprich, diese beiden Dinge wird es nicht mehr geben, also wirklich kein Mindstorms mehr zum Nachbauen, die werden abgeschaltet, und jetzt alle, die es schon haben, keine Panik, es gibt ein Gesetz in der EU, dass es so ist, dass wenn eben ein Spielzeug, eine App braucht, muss die App noch zwei Jahre nach Abkündigung des Produkts, verfügbar und gewartet werden, bedeutet, das Lego Mindstorms, die App wird noch bis Ende 2024 herunterladen, wobei herunterladbar weiß ich nicht, auf jeden Fall unterstützt bleiben für das Set, dass es eben noch verwendbar ist, ob es danach dann noch Updates gibt und so, glaube ich eher nicht, aber es wird noch funktionieren, also das heißt, wenn irgendwann die Handy-Generation soweit ist, dass die App nicht mehr läuft, habt ihr wirklich ein Pech, das ist schade, aber es gibt ja mittlerweile so gute andere Lösungen, wie zum Beispiel Pybricks für andere Sachen, jetzt müsste es sogar mit Mindstorms gehen, andere Sachen müsste ich mich einlesen, ja, aber die Sachen werden einfach verschwinden, das Mindstorms-Set ist weg und es wird auch keinen Nachfolger geben, Lego Mindstorms ist tot, es kommt kein Mindstorms Version 6, 7, 8, 9, nee, Mindstorms ist tot, es muss wohl richtig schlecht gelaufen sein, dass es sogar nicht mal bis Ende des geplanten Lebenszykluses von 2025 geht, sondern es schon wirklich viel, viel, viel früher weg ist, klar, es war eine schmeichelhafte Idee, am Laptop oder am Tablet eben solche Programmroutinen zu machen, mit Track & Drop, so Sachen zu programmieren, das war schon spaßig, aber das Set war einfach zu teuer, es gibt ja viele, viele Sachen, die auf Lego Mindstorms basieren, da gibt es ja Wettbewerbe, da gibt es Schulwettbewerbe, die da drauf gehen und so, fällt alles weg, alles fällt weg, der Robot Inventor ist weg und alles, was dran hängt, es wird bestimmt Leute geben, die sagen, ja, wir entwickeln das weiter, Open Source, wir bauen weiter an einer Lösung, dass man die Mindstorms-Sachen weiter basteln kann oder programmieren kann, das bringt aber alles nichts, wenn Lego das jetzt streicht und eben auch die Motoren und eben auch den Hub streicht, naja, das ist schade, wie ich finde, jedoch, jetzt muss ich sagen, es gibt einen kleinen Funken Hoffnung, denn, die Technologie, die hinter Lego Mindstorms steckt, ist ja zum Beispiel auch in den Lego Technik Control Plus jetzt, nein, nein, keine Sorge, ich sage jetzt nicht, dass Control Plus tot ist, weil Mindstorms tot ist, nein, und zwar, es gibt ja noch viele andere Sachen, wo Lego Sachen einsetzt, wie per Bluetooth laufen und die Motoren ansteuern, in dieser Art, und zwar spreche ich explizit von Lego Boost, das bleibt bestehen und ganz einfach, Lego Spike Prime, das was für Schulen und für Kindergärten, diese Baukästen, diese Kreativbaukästen, habe ich immer was im Podcast von erzählt, die werden auch bestehen bleiben und die First Lego League werden weiterlaufen, die First Lego League hat eben mit Mindstorms viel gemacht, aber die müssen jetzt auf Spike Prime und Boost ausweichen, aber man kann quasi sagen, dass Spike Prime mehr oder weniger dasselbe ist wie Lego Mindstorms, nur eben in einzelnen Baukästen, ein bisschen anders verpackt, bedeutet, man kann einen anderen Hub kaufen, es ist nicht der gleiche Hub, er ist ein bisschen kleiner, kann aber quasi, glaubt er selber, hat aber glaube ein, zwei Anschlüsse weniger, das weiß ich gerade gar nicht, da bin ich jetzt zu uninformiert an die Sache rangegangen, da müsste ich glaube weniger Anschlüsse haben, aber mit dem Spike Prime oder Boost Hub kann man ähnlich tolle Sachen machen wie mit dem Mindstorms Hub, boah, sind das Zungenbrecher, Freunde, sage ich euch, aber na gut, die werden wie gesagt bestehen bleiben, die werden weiter gewartet, da wird es weiterhin was geben, das finde ich cool, das finde ich schön, da kann man auf jeden Fall mal nicht meckern, das ist eine Sache, wo ich sage, okay, am wenigsten stampft Lego nicht alles ein und das macht natürlich auch ein großes, also ich wische mir jetzt so Schweiß von der Stirn, denn Lego Technik Control Plus ist die nachher auch nicht am Ende, viele Leute befürchten irgendwann, das ist ein großer Schlag, bam, Lego sagt Control Plus ist out und dann heißt es, ja toll, ihr könnt eure Sets noch zwei Jahre lang steuern mit dem Handy danach, Pech und ja, es wird so kommen, deswegen haben wir immer gesagt, Leute, es ist voll gut, wenn ihr Sets habt oder Hubs habt, Hubs habt, die eine Fernbedienung haben, die wirklich in einem geschlossenen Kreislauf sind, in dem man keine Apps braucht, um es zu steuern, wie zum Beispiel der Lego Zugmotor, wo man eine Fernbedienung hat, man braucht kein Handy, wo man es einfach so steuern kann, das will die Lego Community, das wollen die Leute, weil wie jetzt bei Mindstorms, da sehen wir schon die ersten Ausläufer, wenn das Ding abgeschaltet wird, ist die App zwei Jahre später weg und das ganze Ding ist einfach nur Schrott, auf Deutsch gesagt, naja, es ist immer schön, Podcasten mit etwas Negativen zu beenden, oder? Ich hoffe, ihr hattet Freude am Hören dieses kleinen Podcast, ein bisschen erfasst bei, na, ein bisschen noch nicht bei 45 Minuten, bei 40 Minuten, aber da können wir doch hinkommen, wenn ich jetzt noch einiges spafel, mache ich jetzt aber nicht, keine Panik. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen, ein kleines Stückchen, ein kleines Happen, ein Lego News einzuhauchen, ein bisschen zu inhalieren und einfach mal, ja, einen Smalltalk mit Bänden muss ich nachholen, weil der war ja auch im Legoland mit bei und wir müssen mal unbedingt mal wieder quasseln, das wird sehr lustig werden. Ich hatte sehr viel Spaß jetzt beim Aufnehmen vom Podcast, auch eben noch mal das reinfuchsen in die Neuheiten, was so alles gibt, hat auch noch mal Spaß gemacht, es noch mal ein bisschen genauer durchzulesen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören, schreibt es gerne in die Kommentare. Viel Spaß, wie gesagt, in der restlichen Woche und der nächste Podcast folgt schon bald, es kommt kein, also wie gesagt, eine viermonatige Pause sehe ich jetzt auch nicht wieder ein. Es geht auch auf Weihnachten zu, ich habe ein bisschen mehr Zeit, alles toll und ich kann es unterwegs aufnehmen, es wird so gut, verehrte Freunde. In diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag, wie gesagt, denkt noch an den Spielwaren-Investor-Podcast, die ganze Geschichte mit dem letzten Talk-About-Sets, wo lustige, spannende Themen drin waren, ich glaube, es ging eine Stunde lang um Traktoren und Autos und ein bisschen um Lego und denkt noch, wie gesagt, an die, wenn ihr was kauft bei Lego zum Beispiel oder Joppy oder Amazon, die Shownotes, da sind die Links drin eben zu den Shops, da würde ich mich super freuen, wenn ihr die benutzen würdet. Ich glaube, das soll es jetzt aber gewesen sein. In diesem Sinne, haut rein, bis bald und Dankeschön, Tschö.